Nun gibt es ja allerdings auch Berichte über den möglichen Einsatz nordkoreanischer Soldaten auf russischer Seite. Wie ist denn die ukrainische Sicht jetzt auf diese Berichte? Die ukrainische Nachrichtenagentur Union hat das mit sehr markigen Worten zusammengefasst mit einem Begriff. Sie sprechen von nordkoreanischen Kampfsklaven, die da eingesetzt werden sollen auf russischer Seite. Die Rede ist da von 10.000 bis 12.000 Mann, die Diktator Kim an die Front schicken will. Das sind alles noch Gerüchte, Beweise gibt es dafür nicht. Das sagt auch das Pentagon, dass man das alles noch nicht gesichert hat. Aber eben sehr viele Gerüchte, die sich da ranken um die Nordkoreaner und ihren Einsatz auf der russischen Seite. Peskov, der Sprecher von Putin, hat sich dazu auch nicht näher äußern wollen. Er hat nur gesagt, dass es da widersprüchliche Angaben gibt und er dazu auch nicht mehr zu berichten habe. Man solle sich an das russische Verteidigungsministerium wenden. Aber das ist natürlich eine sinnlose Aktion, weil im russischen Verteidigungsministerium wird auch meistens nur gemauert. Das heißt, wir müssen abwarten, ob da was kommt. Ich denke, wenn ich so die russischen Verteidigungsexperten lese, dass die Nordkoreaner durchaus ein Interesse haben könnten, ihre Truppen auf der Seite von Putin einzusetzen. Einfach um zu sehen, wie die Kampfkraft ist, wie auch die koreanischen Waffensysteme funktionieren, ob sie zuverlässig sind. Nordkorea hat ja seit dem Ende des Korea-Krieges 1953 eigentlich keinen Kampfeinsatz mehr gehabt. Und deswegen dürfte Kim durchaus gucken, wie es um seine Truppen bestellt ist. Dazu könnten die Nordkoreaner Geld von Russland bekommen, Satellitentechnik. Also durchaus interessant, wie ich denke, für Kim. Ich denke, wie ich denke, für Kim.